Hier ist es nicht so schlimm? Okay. Oh, weia. Klingt schmerzhaft. Also, ich bin auch schon mal von einem Pferd getreten worden, deswegen weiß ich, wie schmerzhaft das ist. Okay, jetzt habe ich nicht genug erfahren. Passt hier schon. Wenn die wüsste. Okay. Alles klar. Hallo, Wutsela. Einen wunderschönen. Aber es geht ihr gut. Ich wurde nicht getreten, ich wurde als Kind von einem Pony gebissen. Oh, auch übel. Also, ja, ich habe schon so ziemlich alles durchgebissen. Wunderschönen wurde ich, glaube ich, noch nicht. Krass, guck mal, die bauen das Haus gerade erst auf. Wurde ich jetzt wieder. Home, sweet home. Naja, noch nicht ganz. Oh, nations for the poor. Oh. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine, we're in Paris. Come on. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. Wir gehen jetzt in den Salon. Erstmal eine Brügelei und so. Und so. Und hier, das ist der Händler hier. Morning. Morning. Mal einen Kaffee. Kaufen. Können Sie auch untersuchen. Aber, ich denke... Oh, wenn es zubereitet wird, der... Oh, cool. Kommen wir hier noch. Komade. Und zurück können wir in der Frisur benutzen. So. You're actually buying for once? Ja, wir kaufen das mal. See this? Young folk got no respect for their elders no more. What do you reckon? Lamb or sausage? Well, this here's a sheep town. Lamb is the best in the state. Now I know what the smell is. Aha. Lockt normale Raubtierinnen. Keine Ahnung, für was da alles. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Das war hier drin. 50 Cent. Möhren. Okay, wir kaufen das Pferd. Auch wenn das eine Birne war, aber in Ordnung. Oh, ich habe gleich mein ganzes Geld schon wieder ausgegeben, weil ich alles kaufen will. Pferdewecker. Nein, den kaufen wir nicht. Erstmal nicht. Ganzenfresserköder. Oh, hier ist deine gute Gesundheit, Sir. Und zu sein, hier, auf der Mountain. Absolut. Es ist ein lustig. In dieser Zeit in meiner Karriere, ich habe mich selbst beinahe zu einer Heiress. Ich kann nicht verstehen, ob ich eine gute Nachtslautze bin. Ich habe mich selbst beinahe zu Neu-York oder woanders. Ein train mit einem richen Touristen, um zu Santanaan zu gehen, um zu Brasilien zu gehen. Okay. Ein train mit dem Fahrzeug, und überraschend durch ein bisschen deserter Land am Nacht. Als ich nach den Dach in Zeit für die Tides bin. In einem Ort, woanders in der Scarlet Meadows. Ja, ich weiß es. Ja, es ist gerade in der neue Hanover. Ja, da gab es so durch Getriebe. Oh oh. Hey, go kiss a damn snake for all I care. Get off me. Get off of me. Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Or what exactly? You wanna find out? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you. Go away with Uncle and Marybeth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Mhm, mhm, mhm. Grimselmo, dankeschön für deinen Followern. Hallo. Oh, wir gehen mal nach oben. Sir? I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk feather. Mid-twenties, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you a friend of his? A friend of hers. Mm-hmm. Okay. They paid for the room up front, so I didn't ask any questions. No trouble now, please. Hmm. Na klar. Ha-ha. Na klar. Na klar. Huh? Ich bin ein Lamm. Nicht sehr gut. Du bist okay? Fine. Du bist sicher? Ja. Nichts... Nichts zu worry about. Nur... Ich und... Aber... Der dumme Hörger... Der dumme Hörger war über die Bank. Die Bank? Natürlich, ich weiß, die Banken der kleinen Stadt sind meistens ein waste von Zeit. Aber... Es ist eine Livestock-Town. Es gibt oft viel Geld. Okay. Keep investigating. Ich will. Hoppa! Everything's okay up there? Ja, alles in Ordnung. Alles super. Äh... Artyom Kani, vielen Dank für deinen follow und hallo. Dankeschön. Danke, Arthur. Ich mag nicht viel, dass ich geholfen werde, aber... ...wann muss ich sein. Ich verstehe. Bist du okay? Natürlich. Er hat mich nur schockiert. Arthur schockiert ihn viel stärker. Ja. Okay, jetzt. Hey! Wer ist dieser Mann da, der uns schaut? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, shit. Ich mag das. Ich mag das. Me neither. Go get the girls' home. Ich werde ein Wort mit unserem Freund. Be careful, Arthur. Ein Wort. Ein Wort. Ja! Da. Oh, Gott. Er hat mich nicht mehr jarred in. Nice. Ein Wort heline. Ja. Genau auf den colden Gedanken. Aber jetzt muss ich mal her sein. Oh nein! Aber nicht so lang. Die Budge sind mir traskiert. Damn, sieАn. Oh nein. Nein. Was ich nicht konsum Vert Μisen? Beste was да, was ich nicht. So geht's natürlich auch, ne? Sorry, aber das war zu gefährlich. Geht nicht. Nee, wir müssen an das große Ganze denken. Wir müssen an die Familie denken. Nein, einfach nein. So ein Ding ist das. Was? Hätten wir den laufen lassen, der hätte gepetzt? Ah, süß. Wir können Möhren sammeln. Sehr schön. Erst mal Pflanzen einsammeln, nachdem er jemanden getötet hat. So nicht. So macht man das. Was ist ja selber schuld? Er hätte sich ja nicht in die Lage bringen müssen, ne? Oder um Pferde zu beharrt zu... Ah, okay. So, jetzt muss ich mal kurz auf die Map gucken, damit ich mal ein bisschen... ...überklicke. Hier ist irgendwas. Heißkalt. Ja, heißkalt. Jetzt tut nichts so schockiert. Die Hälfte von euch hat die bestimmt auch umgebracht. So, dafür füllen wir jetzt unser Klammerkonto wieder ein bisschen auf. Hä, da ist doch sein Pferd. Ja, vielleicht spiel ich mal nicht einen. Vielleicht spiel ich einfach Eiskalt. Ich spiele sonst immer den Guten oder die Gute. Und jetzt einfach mal nicht. Ich bin schon nett zu allen anderen, äh, ab hier. Ja, okay, da sind wir. Oh, Arthur, Arthur, komm her, komm her, komm her. Ich bin froh, wir wollen uns mit unseren Freundinnen. Oha. Schön, dass du dich kennst. Oh, bist du einfach der Tick-Mountain-Man? Oh, du bist ruhig, Anastasia. Jeder kann sagen, dass er ein Pferd ist. Genau, ja, er ist ein Pferd. Das ist so, Arthur. Was sagst du? Wie viel kostet du, was du? War das eine schöne Art von zu sprechen? Oh, ich wusste nicht, dass ich mit einer Frau gesprochen habe. Oh ja, Schleckerei! Ja! 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 Oh ja! Oh ja! Who's talking now? Ah? Ain't there no man in this hole? Der war ja schnell ausgeschaltet. Ich kann sagen, der sieht nicht aus als ... Oh Gott. 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 immer rauf da 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 Surely that's enough! What business is it of yours? What business? No business, sir, but please, I beg you. Ah, das ist mir zu gehen. Gut, gut. Oh, ja, ja, gut. Und miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you, gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, dear, and Charles. I've missed you. And Bill looking as well as can be? Gentlemen. Always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill. Come on. Aber er kann ein bisschen besser schlagen. Oh. Oh. Ist das die erste Goldmedaille, die wir gewonnen haben? Ah. Ah. Er sagt ja nichts mehr, hm? Wir blenden noch ein bisschen. Ah. 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 Kann ich dich nicht blündern? Hallo, den Eddie. Wie geht's dir? Die können wir wohl nicht blündern. Mist. Okay. Die geht's auch sehr gut, danke dir. I'm too old to get a job, Mr. ... ... ... Ähm. 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 Ich meine, der sieht aus, wenn er sich ein bisschen möchte und ein bisschen aufpöppelt, sieht aus, als könnte er mit einem Arm gut zuschlagen. Oder? Ja. Unangenehm. Hallo, Schlauchschön. Gute Nacht. Hallo, Hallé. Okay. Ist das jetzt unser Freund? Ach, der geht uns jetzt hinterher auch noch. Ob ich mehr Untertitel anmachen kann? Kann ich machen. In den Einstellungen vermutlich. Was ist das? Was ist das? Auch. Aber du bist du... Du bist da nicht hinterher. Das ist das in der Silvia Salone in 1976. Es ist einfach ein Bunk, Plato. Es ist einfach ein Bunk. Es ist einfach ein Bunk. Es ist nicht Bunk, Herr Calloway. Was ist dein Freund da? Put that in your fucking book, Fredo! This is Jimboy Calloway. The Jimboy Calloway. The Jimboy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Luzi Hollow. What are you waiting for? Well, I reckon right now kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down. If I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay. Then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it. And, well, there's a whole list of gunfighters, legends, every last one. Emmett Granger. I am. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of him. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity... Shoot him. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him? Ask if he was the greatest? And then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much pain? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to them. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flop houses. Okay. Der Server war heute down. Deswegen... Hab ich gedacht, ich spiele mal die Story, weil ich das ja noch nie gemacht hatte. Okay. Also... Okay. Wettungsverkäufer. Hm? Ich würde mir das gerne einmal kurz angucken, was es gibt. Okay. Wettungsverkäufer. New Hannover Gazette. Oh. Nehmen wir mal. Nehmen wir mal. Oh Gott. Okay. Ein Privatzug, der ist Eisenbahn, Zucker und Öl. Ahem. Cornrail wurde am helllichten Tage von Maskitengesetzlosen überfallen. Huch! Hier sind wir. Wir haben den Nordwärts in Richtung Grizzlys fahrenden Zug nach kurzer Anfahrt in West Elizabeth und brachten ihn zum Stehen. Laut erster Telegramme zu Redaktionsschluss diente die blutige Übernahme dem Diebstahl von Eisenbahn Line aus dem persönlichen Wagen von Mr. Cornrail. Kurz nach dem Überfall wurde der Zug ohne Fahrer oder Personal in Bewegung gesetzt, woraufhin er mit gefährlicher hoher Geschwindigkeit durch das Gebiet raste. Der Zug wurde schließlich von Ingenieuren und Gesetzestütern im Norden von Ansburg wieder zum Stehen gebracht, die von Szenen einer blutigen Auseinandersetzung an Bord berichteten. Einige Ingenieure und Wachen hatten das Gemetzel zwar überlebt, waren aber zu verschreckt, um den Behörden nützliche Informationen zu geben. Oh. Sehr gut. Mhm. Die Banken hatten Geldtransporte per Schiff als verlässlicheres Transportmittel gewählt, um vor Überfällen sicher zu sein. Der tödliche Angriff stellt mit einem Verlust von 150.000 Dollar den größten Überfall der letzten Jahre in dieser Region dar. Die Behörden glauben, dass die Männer das Geld irgendwo in Blackwater versteckt haben, bevor sie flohen. Es wird berichtet, dass viele nun überall nach der Beute suchen und dabei den öffentlichen Raum und die Gärten ihrer Nachbarn umkraten. Die Bewohner von Blackwater ärgern sich über die Abriegelung. Betriebe, die auf Lieferung von Kurz- und Gemischtwaren sowie von Katalogartikeln angewiesen sind, beschweren sich, dass die Pinkertons ihren Lebensunterhalt unnötig gefährden. Oh, das ist cool. Auch, dass das mit dem Dings drin steht. inglés Jetzt insgesamt